Wie war es bei den Ländern, in denen wir so tolle Arbeitsbedingungen haben, über Jahrzehnte arbeiten oder reisen können? Bei mir sind es ja nun auch schon über 45 Jahre, dass ich in der Sahara reise. Und einfach die Dankbarkeit zu zeigen und was anderes zu hinterlassen als eben ein paar Fachartikel hier. Wir werden immer alle bezahlt von Steuergeldern, von Leuten, die und dazu sagen, gut, wir machen wichtige Sachen, die ja häufig erstmal für einen selbst wichtig sind. Wissenschaftler sind Individualisten und wenn sie echte Wissenschaftler sind, dann haben sie eine persönliche Neugier, ein persönliches Interesse. Ob das jetzt gesamtgesellschaftlich oder im kosmischen Zusammenhang sehr bedeutend ist, das kommt, glaube ich, selten an erster Stelle. Und da denke ich eben, dass man dafür, wenn man praktisch zu seinem Hobby forschen darf und zu seinem Arbeiten kann, sicher, die meisten Wissenschaftler sind extrem überbeschäftigt und überlastet und gerade an den Universitäten. Also es hat einen hohen Preis, aber man kann trotzdem, man hat sein Hobby zum Beruf. Und da finde ich, muss man dann auch denjenigen, die letztendlich das finanzieren, über die deutsche Forschungsgemeinschaft, den Steuern zahlen und was zurückgeben. Ich finde das eigentlich normal. Vielen Dank.